Hallöchen und da bin ich wieder in Farquay 3, der liebes Servo als Zwölfer 7.8 meldet sich zurück. Upsa. Und, oh, das Quart ist natürlich geil, aber da vorne auf der Minikarte sieht man schon was viel Geileres. Und ich glaube, das übertrifft alles. Uh. Erstmal ordentlich rein, Herrmann. So, und als nächstes wollten wir wieder ein Lager überfallen. Das heißt nun, scheiße. Upsa. Ich habe außerdem hier gedrückt. Äh, ja. Okay. Ist gut. Wir können ja eigentlich... Komm, das machen wir jetzt auch. Per Schnellreise dahin reißen. Also wieder... Deutlich schneller. Decken zwar zwischendurch leider nicht zu viel, aber... Okay. Okay. Ich wollte raus. Ich wollte... Raus. Genau, da war es. So, Reiher-Sitz. Ja. Liegt gerade auf dem Weg, also machen wir das. Mach mal. Die Prüfung der Rakyat. Oh, mein nettes Feld. Oh, geil. Oh, das haut rein. Oh, was war das denn? Ah, geil. Ups. Mit unserem guten... Üppchen fahren wir mal weiter. So. Und los geht's. Auf, 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 auf. Was ich auch sehr geil gemacht finde, dass man zwischendurch halt... Alles und jeden trifft. Zum Beispiel jetzt unten rechts, da war schon wieder wer. Hier gibt es sehr viele Orte zu entdecken auf der Karte. Also... Wenn man einfach so durch, losläuft, man hat immer was. Okay. Ja. Hallo. Hallo. Okay. Ist gut. Da ist doch... Bin ich schon vorbeigefahren? Oh. Oh. Geil. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt ist. Upi. Hat doch irgendwas mit Upi-Shop zu tun. Ehalten, Intrigieren. Ah, das ist ein Online-Spiel. Okay. Geht auf, wenn wir das einfach mal probieren. Schlitz. Ich muss so viel gehen. Die Waffe. Fahren Waffen. ich kann ja auch mal kann ich die markieren ok also relativ einfach glaube ich jetzt ok scheiße scheibenklasse das weiß nicht so sauber alter schlecht ziel ich denke gerade das gibt es auch gar nicht also das war jetzt ein bisschen anders geplant naja gesehen ok weg da wow 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 holy holy shit holy holy shit rennt nach da ich bin da bin da lang gelaufen ok ja ja hat die vor oh scheiße die zeit ist gleich weg und noch mal oh mein gott und naja scheiße ach komm komm War okay. Lass ich durchgehen. Also das ist so eine Mission. Wollte ich einfach nur mal gezeigt haben. So. So, okay. Okay, ich versuch's mit dem Gleiter. Wow. Wäre ja gerade schon fast wieder nach hinten losgegangen. Wäre fast runtergefallen. Ja, woher haben wir denn die eine Spritze? Hm. Auch gut. Hä? Was hab ich denn da mitgenommen? Schützliche Rest oder was? Sieht so aus. Praktisch. Ein Mödiegüt. So. Neuer Versuch. Jetzt kommt das sicher auch ein Tutorial, wie das geht. Yes, die Steuern. Okay. Okay. Ja, okay. Ah, okay. Wow. Oh, warte. Warte. Ich muss mir ja noch ein... ...Kauf... ...Dings, Bums. Warte. 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 Mache das. Ja, wir machen's. Da haben wir schon überhaupt genügend Geld. Ich glaube, wir sollten erst mal deinen. Okay, da gibt's auch was. Okay. Das war super. Hat doch geklappt. Ja, aber jetzt hat ein Versuch. Soll das auch klappen. So. So. Ich glaube, das sollte reichen für den Schallschützer. Schallschützding, Bums. Tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder zurück switche, aber... ...wie halt gesagt, ich brauche dafür einen Schalldämpfer. Ich will das mal versuchen. So. Das hab ich da. Hab ich da. Schei... Oh. Boah. Da ist das Geld auch schon wieder weg. Schnellverkauf. Hm. Das hat 250 gekostet, oder? Ja. Oh, was war das denn? So. Und los geht's. Na ja, Runde, neis Glück. Ich muss nach da oben. Ich musste da durchgehen. Ja. Fett. Ich hatte doch gerade ein Auto, oder nicht? Ach, scheiße. Jetzt steht das hier. Oh. Hä? Was ist das denn? Wieso blinkt das so? Okay. Ja, okay. Wieso nicht? Dann machen wir das eben schnell. Eine Übergabemission. Und ich soll den Facken folgen und die Medizin... Boah, Alter. Die Ware abliefern. Ich weiß überhaupt nicht. Wo? Oh, geil. Bitte sehr. Ey, das war ja geil. Ah, hier liegt auch das Medikit. Ich kann nur eins mitnehmen. Schade. Ja, ja. Mach das. Wo? Ihr habt nix gesehen? Gar nichts? Scheiße. Oh, nee. Echt nicht mehr feierlich. Und nochmal. Letzter Versuch. Danach. Danach, keine Ahnung, gar mal nix mehr. Gehe ich in den Ruhestand. Vorzeitig. Okay, wer ist das? Na, wenn's... Schnappt euch selber das. Alter, 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 alter. Ich hab nicht mit der Straßen... ...gerechnet. Scheiße, 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 scheiße. Oh, la 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 la.